Keiner sagt, ich möchte mit Ihren Hohen überbekommen, was ich hier kriege, und um jede Ecke rutschneiden ist. Das heißt, dass die gesamte Gesellschaft die Hand sich verladen hat. Und wer heute in unserer Gesellschaft rausbekommt, der entschied muss was tun. Die Versuchung der Gegner geht zur Welt zu spüren. Am 1. Danach und später am 28. Danach, ist die Kraft weg und dann geht es nicht weiter. Das heißt, es ist kein Problem bei den Einzelnen. Der Vorwurf bringt, dass Sie dann haben, wenn er weiß, was ihm passiert ist, dann hat er eine Chance. Keiner hat eine schicksalhafte klinische Veränderung. Auch der Brustkrebs muss eindeutige Studien zeigen, egal welches klinische Risiko man hat, hat man ein bestimmtes Risiko. Wenn man das Risiko, das dieser Tumor entsteht, das halte ich an. Das Wasser sie können, wird schwimmen. Das kann ich nicht. Aber das kann sehr wohl hausholen und wiederbeleben. Das hat man dann voraussetzungen. Der Körper braucht bestimmte Voraussetzungen. Ohne davon. Das hat er nun jahre von jahren gehalten. Das hat er im Jahr der Sala. Vielen Dank. Vielen Dank.